recht herzlich willkommen zur folge nr 55 von city skylines ja es ist nicht der neue dlc after dark oder wer auch immer heißt irgendwie habe ich grafikkarten probleme und der treiber der wenn ich so wie ich will und deswegen sieht es ein bisschen dunkler aus beziehungsweise ich jetzt nachher nach bearbeiten und etwas heller machen und dann wird wahrscheinlich das nicht mehr so schön aussehen wie ich von haus also sorry dafür aber ich denke mal wir wollen trotzdem ein bisschen mehr gucken dass wir hier vorankommen ich weiß noch nicht wie es licht an machen würde ich das jetzt mal nennen gut wir uns fehlen hier immer noch arbeitsleute immer ohne ende ist nicht so schön ja wir müssten mehr da mehr extra frei gelassen ja ich glaube dann bauen wir besser noch eine straße weiter nach hier hinten und dann dauert noch vielleicht also das baut ja jetzt ganz gerade natürlich gar nicht ich will da hinten am ende eine kurve haben ja so ist doch vielleicht gar nicht mehr so schlecht oder ja wir wollen so bis zur autobahn ne da sollte schon noch ein stück grünstreifen vielleicht sein ja ich mach's mal so und dann gehen wir da weiter ach so ne das ist das ist es auch nicht der ist der richtige röm froschenholz sorry und hier können wir dann direkt auf diese straße zuschließen denke ich mal während wir dort am ende vielleicht noch mal noch mal rein fahren also gefällt mir gerade nicht ne wir machen das nochmal weg dann die straße gerade durch warum macht er am ende schon wieder so eine schleife ich will doch keine er soll nur einfach gerade ziehen geht doch wunderbar so dann noch wohngebiete hin wasser müssen wir natürlich auch noch hin machen ja es ist für mich jetzt ziemlich schwer zu sehen hier wo ich schon was habe und wo nicht und dann lassen wir mal da machen wir blaues hin hier können wir komplett durchziehen ne das sollten wir vielleicht nicht machen dann machen wir da wieder weg das geht noch den machen wir nicht so da vorne auch nicht mehr da machen wir lebensmittel was irgendwie in der richtung hin ach hier vorne gegenüber muss auch mal was ne ich weiß gar nicht ob es da jetzt schon drüben ist das kleine müsste auch noch mehr das geht gar nicht okay dann ist auch erstmal gut alle sind zufrieden wir haben ja noch kommerz und wollen dann hoffen dass hier auch ja da werden noch mehr kommen aber das ist jetzt erstmal ja wasser brauchen wir schon gerade konzentrieren wir uns auf das wasser pipeline haben wir und bis dahin unten ist gut oder dann haben die auch alle wasser strom wird sich von selber regeln denke ich dann passt das doch alles oder hier sieht es auch gut aus ja gut insgesamt die wasserversorgung abwasser ist schon wieder ein bisschen schlechter müssen wir gucken dass wir da noch was dran machen hier ist das abwasser das war ja so eins guck mal das wird da sogar hingehen und sollte eigentlich die wasser abwasserversorgung jetzt hier besser werden oder da ich glaube es ist ein bisschen hoch da kommt es ganz okay alles klar funktioniert ja sterlingkügel da müssen wir unseren freizeitbereich noch ausbauen vielleicht auch gut hier ist überall wasser da auch da könnte man innen drinnen noch was bauen da können schon wieder was abgerissen werden aber das will er nicht und dann ist wieder zappen booster hier ja gut ok sieht krass aus das ist noch dunkler jetzt geworden ich sehe jetzt fast gar nichts mehr ich weiß gar nicht wie ich es wieder heller kriegen kann also ich glaube ich denke mal für die folge soll es reichen ja das gesamtbild ist jetzt hier dunkel aber das licht vielleicht auch dran weiß nicht weiß nicht ist gar keine sonne vielleicht da und das ist jetzt der neue patch neuer dlc keine ahnung ich kann es jetzt wirklich nur so sehen aber es ist schon eigenartig ne ich hab hier bei den lingens übergängen ja das licht alles da wenn man hier so richtig fliegt das leuchtet auch alles schön nur die sonne ist irgendwie nicht da seht ihr das hier in den häusern ist auch überall licht da leuchtet es dann auch straßenlaternen ist es wirklich ein gepatchtes spiel jetzt sozusagen ich weiß es nicht kommen wir bald so vor ne wie sieht es denn hier aus ja da können wir auch noch was kaufen ja oder meine grafikkarte macht schlapp und geht kaputt könnte auch noch sein ich weiß es nicht das wäre traurig aber es ist eigentlich nur im spiel das heißt es muss irgendwas mit dem grafikkartentreiber sein gut aber ich würde mal sagen dadurch ich diese ganzen geschichte das problem mit habe franklin parken ich weiß nicht ich könnte es ja mal gerade noch vorspielen wenn die sonne hier noch aufgeht aber es sieht nicht da nahe aus es bleibt nacht in dem sinne ne da ändert sich nichts mehr ich kann rein zoomen so das war von oben gucken das ist drehen wie komme ich denn jetzt wieder zurück gekippt jetzt habe ich die karte gekippt senkrecht und krieg sie nicht wieder zurück wo ist die taste wo ich das wieder hinkriege dass ich die ansicht habe die ich brauche da ist rein zoomen x ist raus zoomen oder sowas anderes r war karte kippen ne tja was ist das hier eigentlich ach meilensteine ok da kriege ich dann noch eine größere stadt drehen rechts rum rings rum ja irgendwie kriege ich das hier irgendwie wieder zurückgedreht schon komisch ich kann raus zoomen die tastenkombination finde ich dann auch nicht wieder naja egal aber jetzt kann man so rein zoomen dass man so ist alles klar es sieht schon interessant aus aber leider leider ist das nicht normal oder? ja ok dann würde ich aber sagen soll es für die folge reichen ich bedanke mich recht herzlich für das zuschauen entschuldige nochmal oh da geht die sonne auf kann das sein? ist das doch dieser patch kann das sein ich weiß es nicht da kommt jetzt die sonne hoch seht ihr das? da kommt die sonne und jetzt wird es hell im spiegel nein sag nicht ne das ist doch jetzt nicht gewollt oder? vielleicht ist das so dann habe ich jetzt den patch umsonst oder wie? ja jetzt wird es wahrscheinlich gleich heller ne? das wäre echt krass ne? ja ja jetzt wird es hell guckt euch nochmal an jetzt ist es hell ja gut vielleicht hat es damit zu tun ich weiß es nicht ich habe aber eher die vermutung dass es bei mir mit der grafikkarte was nicht passt beziehungsweise den treibern aber das kann auch das andere sein oder wie? nein das ist einfach zu dunkel hier aber es sieht interessant aus ok ich sag mal bis dann tschüss bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020